Oh nein, oh nein, Backflip, ich bin heilig. Und dann verkacken sie noch. Ja, und dann verkacken sie es noch. Backflip! Oh, fuck! Scheiße! Okay, ich werde nie wieder sagen, dass wir was verkackt oder das andere was verkackt haben. Warte, ich muss nochmal ins Lomo machen. Backflip! Danke! Hi, ihr kleinen Gambertsen, willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir drei Runden Rocket League. Zusammen mit den Wuschel. Hallo! Jo, und wir werden jetzt gleich mal hier online matchen, würde ich sagen. Zwei gegen zwei. Jawohl! Zwei gute gegen zwei schlechte. Ja, wer hier gut und schlecht ist, ist halt noch die Frage, ne? Ich bin ja schon Semiprofi, mein Freund. Also das... Ah, die klatschen mal weg, Mann! Man muss ja schon sagen, das ist echt das beste, allerbeste Free-Play-Spiel. Also Free-Play, weil es gerade Playstation Plus kostenlos ist. Das sagte mal der Wuschel. Verbesselt er mich immer. Verschüssel. Herrschau, hollere. Und... Naja, 20 Euro eigentlich auf Steam für den PC. Also von dem her, gnadenlos gutes Angebot, würde ich auf jeden Fall noch zuschlagen, der, wo es noch nicht hat. Verbindung unterbrochen. Bevor es nicht mehr da ist. Ja, und ich glaube, 10 kostet es auf dem... Auf dem PSN, glaube ich, habe ich Leute hören. Hören sagen, hören sagen. Man munkelt. Ja, ja, ja. Ich hoffe, man meint beim Twitchen hier, was ist denn da los? Ich will jetzt hier spielen. Ist mein Ping jetzt zu hoch, ne? Ich bin on return'em, mein Spiel! Ah, wo ist die Escape-Taste? Wo ist die Escape-Taste? So, da haben wir schon Wuschel, Perstins und noch einen. Oh, guck mal, Engel und Teufel. Du machst. Jawoll. Die klatschen wir weg. Na, let's go. So, dann willkommen in der ersten Runde Rocket League. Danke, 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 danke. Geht das Spiel wieder los? Ja, oh shit, oh shit. Ey, wer so rumäumelt, ne, der darf, der hat's verdient. Ah! Ja! Gang, gang! Ah, geil. Yeah, geil. Dick, den Fleisch, backstarted. Okay, okay, okay. Mach du das, ja, mach du das. Ja, mach du das. Ja, mach weiter so. Tu es. Nein! Bin vorbei propellert. Oh my goodness! Nein, 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 nein! Oh nein! Aber das Flygen on the Sky. Was mein Littles Eye. Und das wäre leider zu gut für uns. Ne, wir waren einfach gerade übelts zu schlecht. Übelts zu schlecht. Ich mach das, ich mach das. Okay, mach das. Ich geh die Verteidigung. Und dann gucke ich, was der Penis da so... Ich mach das nicht! Oh Gott, ey, kacke, nein! Nein! Was tut du? Ich bin nicht im Tor. Nein, was machst du da? Alter, nein, oder? Ich hab kein Büsten mehr. Scheiße. Fuck! Bäumchen? Ja, so... Bäumchen? Was? Muss ich wieder die Route herausholen? Ja. Die Route? Schenkelklopfer. Ja. Gleich stehen wir unter dem Mistelzweig. Ich mach. So. Ich geh ran. Okay. Oh Gott. Ich hab jetzt endlich... Oh! Ich hab's fliegen gelernt. Oh Gott, was machst du denn? Hey, da kann ich... Hey, hey, hey. Der war echt gut positioniert, der Freund. Oh nein! Nein! Oh mein Godness! Okay, das ist... Danke, danke, danke. Hab ich ganz vergessen. Oh Gott! Und direkt aufs Tor. Und Torschuss war's schon. Ja, nein! Der kommt mit dich? Ja, ich komm! Der kommt mit dich? Oh mein Gott, nein! Verkackt! Nein! Scheiße! Oh, der Mikrofon ausschlägt ja schon vor allem übersteuern hier. So. Ah! Oh nein! Ah! Wir haben jetzt schon stundenlange Übungen und stellen uns trotzdem an wie die letzten Deppen bei dem Spiel, ey. Ja, aber wirklich. Aber jetzt ist... Ja gut, ich muss sagen... Aufwärmrunde, Aufwärmrunde, Aufwärmrunde! Oh nein! Alter! Verdammte Kacke! Mensch. Was soll denn das? Alter, das kann doch nicht... Das kann doch nicht true sein. Ähm, du machst... Ihr little... Ich bleib' mir hinten, okay? Okay. Gut hinten geblieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach' 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 das schon! Ich mach' das, es passt! Ich mach' das, es passt! Ich mach' das, es reicht! Aber hab's verpasst! Oh nein! Schimbauder! Hihi! Oh nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich mach' das! Ah! Ja! 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 Hat er dich weggebashed jetzt oder was? Der hat nicht mehr weggesetzt! 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 Ah! Erdbeer-Joghurt! Du machst! Ich mach' Engel und Teufel! Alter! No! Oh no! Das kann nicht wahr sein! Hast du'n Turbo gemacht! Hast du'n Turbo gemacht! Danke! Alter! Fuck! Fuck! Danke! 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 Und... Danke! So! Yeah! Du machst das! Du machst das schon! Alter! Warum ist der so schnell? Das darfst du nicht wahr sein! Weil die einfach Skill-Level over 9000 sind! Ich bench die weg! Nicht! Oh Gott! Oh Gott! Jaja! Es war alles getimed! Wusste ich, dass das passiert! Ah! Ah! Verpiss dich, Alter! Nein! Was ist denn los, Mann? Was ist denn hier los? Ey! Das kann nicht wahr sein! Das kann einfach nicht wahr sein! Warum stellen wir uns grad so schlecht an? Ich weiß! Ich bin schon ein bisschen aufgeregt wegen dem Let's Play jetzt! Muss ich schon ganz ehrlich sagen! Nein! Spaß! Ich bin einfach nur schlecht! Ich mach das! Jetzt kommt der Wuschel, Alter! Ja, Mann! Und! Nochmal nachsetzen! Und jetzt! Jetzt! Oh! Wuschel-Tor! Wuschel-Tor! Noch rein vor! Äh! Andersrum! Ich hab' dich im Urauge! Wuschel! Ach ja! Ja, ich soll... Ich soll einen schönen Gruß ausrichten... und soll ff frf frqu sp k transparente sagen! Ach ja! Ja, so... Ja, so ist das! Hahaha! Themen dann irgendwie auf... Mit dem Finger auf der Tastatur im billetischen Anfallgrab dabei? Oder wie? Und bitte Sacken im Wasser... déff... Ok.. Fack vosscówflätter! !! Ist das-s-, das-s-, das- Boah der! Der andere Radar ist saugut. Der andere Radar. Oh, Alter! Das ist Serbex der Datei. Ah! Nein! Aber ich hab ne Glanzparade bekommen, Alter. Also ich möchte an dieser Stelle mal festhalten, dass wir echt schon zwei Tore haben. Das schafft nicht jeder, ne? Nö. Dreh der sich rum, als wär... Als wär... Rumdrehtag. Forever! Wir sind so krass die Über-Gamer. Wir sind so krass die Über-Gamer. Ever and ever and ever ever and... Ja, ja! Oh, der war so schön! Oh, der war so schön! Der war so schön! Der war so schön! Der war wirklich schön! Wirklich schön! Erstmal verwirrt im Kreis fahren läuft alles. Ja, das ist unsere Taktik. Zu tun, als können wir es nicht und dann... Von hinten rein pfeffern! Man denkt immer, wir sind zu dumm zum Umziehen, aber in Wahrheit sind wir einfach so insilent. Guck mal, das war alles schön, ist alles geplant. Bam! Ich hab ihn! Weggekickt! Oh nein! Das kann doch... Boing! Jawoll! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war so blöd von mir! Oh nein! Und gleich mal voraus an die... Ah! Da fährt er noch vorbei! Da fährt er noch vorbei! Und gleich mal an die Viewer, wer das hat, der schreibt mal... Oh! Ja! 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 Wer von den Viewern das hat, der schreibt mal in die Kommentare, wer gegen uns 2 gegen 2 spielen will. Vielleicht lässt sich das dann mal einrichten. So, ein kleines Community-Battle. Du kennst was ich meine? Community-Battle? Und dann sind wir stinken ab. In Wirklichkeit sind diese zwei ja... Oh! Mach ihn! 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 Mach! 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 Nein! Da war's eindeutig! Ja, natürlich war das deine Schuld. Hui, guck. Ah, weil ich einfach mal gekonnt weggefahren bin. Oh, euberhalb. Nein, nein, nein. Macht Aua. Hau, hau, heiß. Wer ist? Ah, deine Mutter. Ja? Ja. Klur an Koksweuckel. Oh, ja komm, geht's uns richtig anal, Alter. Boah, ich fliege. Ja, aber wirklich. Also, du weißt ja, was beim nächsten... Also, wenn es jetzt rum ist, dann kommt erst mal... Jetzt, jetzt aber richtig. Die Runde jetzt aber, geben wir uns mal Mühe. Und an dieser Stelle darf ich schon mal die Doris auch mal... Alter, kriegst du irgendeinen Gruß mal raus? Deswegen grüße ich keine Leute, weil immer wenn ich jemanden grüßen will, dann passiert... Hallo, ich möchte... Okay, warte, jetzt mal serious, okay, jetzt mal serious. Ich grüße die Doris, okay? Ich grüße einfach nur die Doris. Doris. Die Doris. Dann fängt wir im Reim darauf ein. Besser bekannt als Boris. Ah, naja, der ist zwar reint sich, aber ist scheiße. The right, I'm the right. Jetzt müssen wir... Ach, scheiße, jetzt müssen wir nochmal gegen die Spiele, ne? The right ist ein Insider und ich nenne sie wirklich Boris. Oh, 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 oh. Jetzt aber richtig, mein Freund. Kommt, jetzt... Vor allem wie so Profis, mein Freund. Das sind alle Semiprofis noch. Jawohl. Da, guck mal, den sind wir viel zu krass unterwegs. Oh, nee, der mit Sextorn bleibt drinnen. Kacke. Macht nischt. Nein. Hi, Toni von der Doris XD. Hat sie geschrieben? Nö. Erfindlich. Du bist ein Arsch. Hörtchen, Hörtchen. Oh, jetzt haben wir so süß von dir. Schnuckelisch. Komm. Komm. Jetzt aber richtig, jetzt aber richtig. Guck mal, wie man Hack immer auf und zu geht. Erinnert dich das an was, Baumi? Erinnert dich das an was? Erinnert dich das an was? Ja, an deinem Mund. Ja. Alter, was ist denn los mit dir? Was? Labe ich so viel Scheiße oder was? Und jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Klassiker. Boah. Nein. Ja. Nein. Nein. Vielleicht. Nochmal. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh, einer hat sich rausgeklingt. Oh, der hat ja recht bei mir einfach viel zu imber. Immer. Oh, Alter. Wui, ich fliege. Wir sind ihm einfach viel zu imber, weißt du? Wie mit's? Der denkt sich so, oh. Weißt du, was der sich denkt? Alter, ich habe Eis für 1,99. Bitte was? Ja, der sieht aus wie ein Eiswagen, Mann. Ich habe ihn gebackflippt. Wui. Nein. Ja. Ja. Yes, baby. Do it. I'm just do it. I'm just do it to the middle. Das war mein Mittelpass. Nein, oh Gott. Und dann springt der Gipfel, legt er vorbei. Jawohl. Ich habe einfach mal die Rückhandseite gemacht. Gurkensalat. Das war jetzt total uncool. Total uncool. Okay, ich mache das, Baby. Ich mache das. Okay. Pass nicht auf. Pass nicht auf. Ich muss ja hintergeben, wenn du das machst. Du musst ja mal eine Solo-Nummer mit dir machen, Alter. Das geht um. Ah, oh nein. Oh nein. Oh nein. Backflip. Ich bin heilig. Und dann verkacken sie noch. Ja, und dann verkacken sie erst noch. Backflip. Oh. Scheiße. Okay, wir werden nie wieder, ich werde nie wieder sagen, dass wir was verkackt oder das andere was verkackt machen. Mann, ich muss noch mal ein Solo machen. Backflip. Danke, 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 danke. Und niemals danke. Wow. Hat der nur geschrieben. Wow. Alter, 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 alter. Alter, ihr. Nein. Okay, okay. Pass auf. Pass auf. Wir müssen jetzt. Jetzt müssen wir uns mal wirklich anstrengen. Danke, danke, danke. So. Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Yo, do it, do it. Okay, pass auf. Ich bleib mal ein bisschen hinten. Ja, okay. Weil die ganze Welt weiß, ich bin der krasseste Keeper of the world and of the planet. Danke, danke, danke. Oh Gott. Oh Gott, ey, komm, was soll ich tun? Oh Gott, was soll ich tun? Oh Gott, oh Gott. Just do it. Deine Freundin, die hat Blasen. Die hat Blasen, 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 die hat Blasen, Blasen, Blasen. An die Füßen. Ach, ja, ich hab mich voll versungen. Scheiße. Yeah, yeah, yeah. Das war ein Bilderbuch-Törchen. Uh, uh. Was für eine Parade. Danke, 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 danke. Oh, aber es ist gerade so angekratzt. Okay, ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Mach sie fertig, Tiger. Mach sie fertig. Ja. Ich geb den zurück. Der geht rein, oder? Der geht noch fast rein. Und dann komm ich noch mal. Und dann kommst du noch mal. So, wollte ich das wieder raus, wollte ich das. Geh weg, Nutella-Tabby. Heißt ja wirklich Nutella-Bubble? Nutella-Bubble. Alter, wie er mich ausgeschwanzt hat. Ausgeschwanzt. Ich bin gleich wieder am... Ach so. ...on der Michael. Ich dachte, ich sollte jetzt einfach hier mit der Autobahn. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Mach's gut. Wie unprofessionell, hä? Unprofessionell. I just do it. Oh no. Bubble Legend. Bubble Legend. Alter, wie kann man so einen Namen haben? Tony, was tust du da? Oh nein. Hey, die... Also, ich muss jetzt mal... Ah! Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Oh, voll Explosion. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht, ne? Das glaub ich dir nicht. Das tut mir jetzt aber auch wirklich nein, ne? Jawohl, jawohl. Oh my goodness. Oh my goodness. Der nimmt den jetzt denn an. Keiner von uns. Dann fahr ich lieber zurück. Und mach'n Backflip. 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 Und der Sideflip. Oh my goodness. Nein. Ja, wie geil. Wie geil ist das denn? Geh weg, geh weg. Ich mach, ich mach, ich mach. Ich hab' Boots. Okay. Just do it. Nein. Ich bin so schön drüber geflogen für nichts. Für nichts. Boah. Achtung, der freut umab. Der freut umab. Ah. Oh my goodness. Oh Gott. Das musst du sagen, bevor du springst. Oh, oh, oh. Oh, schlägt wieder her. Hm. Na. Ja. Okay, warte, warte, warte. Jetzt kommt er. Jetzt. Komm schon. Du hast es gesprochen. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist denn der Ball? Der ist hinter vor dir. Hinter vor mir. Rechts, links. Geh in die Mitte, geh in die Mitte. Woa. Okay. Boah, war der göttlich. Der war so scheiße göttlich. Ah. Ja. Nein. Ah. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Aber ich hab' Freirurg-Zähl gemacht. Richtig kacken Sack voll Rinden-Mulch, Alter. Woa. Oh, scheiße. Oh. Den werden wir jetzt büßen dürfen. Büßen? Oh Gott. Die werden wir jetzt büßen dürfen. Oh Gott. Oh Gott, sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, es sind ja nur noch 16 Sekunden. Mann, wir schlagen uns so gut, dass die gleich mal ein Tor schießen. Ja. Nein. Ey. Oh, ganz ruhig, Leute, ey. Okay, danke. Ja, aber ey, es wird langsam wieder. Also, es wird langsam. So, let's play Nummer zwei. Im Dreier wird's Gleichstand. Und im vierten let's play, also im nächsten let's play, da werdet ihr dann auch mal uns gewinnen sehen, vielleicht. Ja, auch einfach nur immer, dann sind wir undestruktable. Undestruktable. So, eins waren wir noch. Eins waren wir noch, ja. Und wenn der Zilliboy noch am Start ist hier, dann kann ich dann erstmal sagen, äh, liebe Grüße und du bist ein Arschloch, wegen dir hab ich die ganze Zeit schon Ohrwurm. Nur mal so nebenbei. Das shit is banana, be my jana, jana, ja, das shit is ba, ne, das shit is vagina, be my jana. Danke, danke, danke. Okay. Danke. Okay, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Alter, over, overla. Jawohl, baumida, wow, jawohl. Da ist er wieder da, der, der Trixler, 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 Trixler. Ach du Scheiße. Ah. Oh Gott. Ah, nein. Danke, danke, danke. Quixilber, das hört sich doch schon wieder nach dem MPC an, oder? Was, Wixle? Äh, ja, Quixilber, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, haha, das weiß ich nicht. Ich mach ja, oder? Ich trinke Sekt vielleicht, haha, haha. Alle drei zusammen. Den Hoden sagt, in kaltes Wasser hängen. Äh, äh, Eier, wir brauchen mehr Eier. Eier, wir brauchen Eier. Oha, oh nein, 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 nein. Ach, komm, jetzt hör doch mal auf. Danke, danke, danke. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Verlieren. Ja, was? Let's lose. Let's lose, Mann. Let's kack ab hier. Jetzt aber mal. Uäh. Was wollen? Wenn ich jedes Mal einen Cent hätte. Ich immer die ganze Zeit einen Nebenpropeller. Wenn ich jedes Mal einen Cent hätte, wenn einer sagt, jetzt aber mal richtig, dann hätte ich jetzt, äh, drei Cent. Was laberst du? Okay, warte, jetzt, 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 pass auf, jetzt fahre ich alle Centakel aus, jetzt. Ii, das klingt langer Hentai. Jetzt pack ich aber nochmal alle Centakel aus. Pack sie aus, Baby. Aha. Jawoll. Tore, du musst ja noch ein Togelose sein. Ah, ja, ja, ja. Uh, danke, danke, danke. Der andere schreibt nur Scheiße. Danke, danke. Danke. Punkt, Punkt, Komma, Stich. Ich mach auf. Ich mach auf. Ich mach auf. Los, mach ein Tor. Okay. Mach ich mir nach. Ach, du bist ja orange. Ich dachte, du bist einer der blauen. Alter, kommt der? Der kommt doch, oder? Wah. Der kommt an mir vorbei. Dann hau ich dich zu brei. So, dass es nicht ins Auge geht, finde ich das auch schee. Meine, meine, meine. Ja. Nein. Wah. Ha, ha, ha. Nein. Ha, ha. Ich schwör. Also, der war gut. Wenn es so weiter geht, ich schwör, ich reich die Rente ein. Boah, alter. Hey, verdammt. Ha, 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 ha. Wie das? Alter, verdammte alle miteinander. Ach ja, ich warte einfach mal ab. Nein. Erstmal dezent. Erstmal dezent vorbei fahren. Wo ist der Ball? Ach, da ist er ja. Ähm, was machen die? Was machen die? Achtung, kommt in die Mette. Nicht. Passt schon, passt schon. Wow. Nö. 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 er war trotzdem gut den hätte ich auch genauso gemacht oh gott ich bin da nein nein ich spreche jetzt mit meiner ich haue dir ein tor ein stimme ich habe dir ein tor ein stimme okay dann mache ich doch mal mit da mache ich doch mal mit vielleicht klappt ja vielleicht klappt ja was was machen was macht ihr was ja oh nein und der meine gerne ich hab ihn dieses let's play geht vielleicht in die überlänge nein wie kann wie kannst du es waren oder wir machen einen zweiten teil und teil 2 kommt eine woche später mit einer minute verlegerung okay das war's nachspeise ich mache nachspeise okay oh mein gott wo ist der ball nein nein ich habe kein boost mehr ich habe kein boost mehr alter alter der gut der war gut jetzt noch mal der typ der karte aber zeloboy habe ich das richtig gelesen zeliboy ich kenne nur zeloboy kennt ihr den den kleinen jungen lecker lecker ich kenne mal kaffee lecker lecker haha ihr könnt es nicht haha oh gott oh gott oh gott ja ich weiß der kommt vorne in mitte ich komme romein und nein vielleicht bin ich auch da kopf Ich bin ja wie eine Frau, ich schreit einfach die ganze Zeit. Ich komme. Und dann verarsche ich dich. Oh, Alter. Ich weiß nicht, wohin mit dem Ding. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und so spielen wir auch. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Scheiße. Let's lose, let's play. Alter. Oh, Mann, Alter. Das war das Let's Play Nummer 1. Drei Runden Rocket League. Wollt ihr mehr, dann schreibt es in die Kommentare. Wie fandet ihr es? Waren wir richtig gut? Sagt, ob wir gut waren. Vielen Dank. Schreibt es in die Kommentare. Also auf Twitch geht es jetzt auf jeden Fall noch weiter. Ja, und wir starten auch gleich die nächste Aufnahme für die nächste Woche. Macht's gut, ihr kleinen GameBuds. Ciao. Tschö.